Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds Ja, du hast das in den letzten zwei Parts nicht so druckt Ja, ich will immer Horizon Forster sagen Ja, ja, ja So, ich mach mal hier den Abschluss der Quest, die Alex gestern gemacht hat Das kann ich, abgeben ist immer gut Es ist vorbei Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen Die Mörderklaue, erlegt von einer Fremden Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht Du bist eine Ausnahme Und du hast mir einen Wunsch erfüllt Mein Feind ist gefallen Wie die vielen Jäger, die er tötete Mein Freund Mein Häuptling Er wäre froh, dass andere nun sein Schicksal erspart bleibt Nimm dies zum Dank Du hast es dir mehr als verdient Ja, dann gib uns noch mehr Ja, ein Blauglanz Das ist ja lachhaft Ja, das ist so Standard bei denen Ja, ja So Äh, nee, sind aber immer noch nicht Level Up Was mach ich denn jetzt? Äh, nee, nicht die Hauptquest Das ist blöd Äh, neben Aufrag Ja, lege die fünf Feuerklauen Ja, kein Problem Das dich ja mal beschwert, dass ich immer alles mach Ja, dann darf ich jetzt auch mal ein paar platt machen Ja, viel Spaß Wo sind denn die überhaupt? Ja, die sind überall so ein bisschen verteilt Oh, da sind drei Blauglanz auf einem Haufen Wo? Da bei dem Ah ja Bei dem ersten, da kannst du direkt hinjumpen Ja, das machen wir auch Oh, jetzt bin ich mal gespannt Feuerklauen Ja, ach so Ach, da geht schon mal Äh, wo ist hier ein Lagerfeuer? Ah, geht nicht Nein Was aber, hä? Man war ihr sicher? Das wollte ich gar nicht drücken Hallo? Du hast es kaputt gemacht Oh Gott Zurück Äh, ja, auf jeden Fall hat die da gerade schon gesagt Äh, was ich noch sagen wollte Ich bin Ja Ich bin schon Stufe ab Aber was geht? Hallo, das ist ja Du bist gerade voll vergewaltig Du bist ja nicht mal gekommen Und der haut dich schon rum Alter Falter Ja, ja, der, der kann was Äh, was ich jetzt eigentlich immer noch sagen wollte Ich bin ja mal, äh, offspiel mal an so einem Ding vorbeigerannt Hab mal gedacht Ja, ich scanne den mal Weil, warum nicht Und, äh, der ist halt einfach mal Stufe 55 Da ist er ja Äh, ich brauche hier erstmal eine andere Weapon Du kannst auch ein bisschen weiterlaufen, gell Du musst nicht stehen bleiben beim Herstellen Äh, genau Der ist Stufe 55 einfach Ja, ja Also somit die am höchst gelevelten Enemies Äh, hier im Game Ja So, äh, die Bumme, der Feuer Ne, der war aber eigentlich Aber der ist ja nicht gut gegen den Weil, der ist ja auch Feuer Nee, ich glaube, Eis Eis ist, glaube ich, schon ganz gut gegen den Ja, aber der Eiswerfer ist, äh Haben wir festgestellt, der ist nie so toll Doch, das reicht für den Hier, komm her, du Kackvogel Ich mach die platt Ja, gut, von da nicht Hab ich ihn schon gefrostelt? Du hast keine Munition mehr So, das fängt ja schon super an wieder Noch ein bisschen an dieser Eingefroden Äh, du Kackvogel Ich krieg so derb auf die Schnauze Der braucht halt ewig, bis er eingefroden ist Alter, der war jetzt immer noch nicht eingefroden Noch ein kleines bisschen Immer noch nicht, gibt's doch gar nicht Ey, der ist der Jetzt Echt? Was war das jetzt? Der hat ja auch Schaden gemacht Ich will weglaufen Du kannst ihn nicht mehr Der, äh, der ist nicht mehr eingefroden Wollte ich sagen Der ist doch mega kacke Das ist Alter, ich hab Hast du nicht mal gemeint, dass du die ohne Probleme wegmachst? Ja Hab ich gedacht Ja 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 Der Dirk hat auch noch zu mir mal gemeint Er weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht hab für den Der ist ja gar nicht so schwer Ist auch nicht so schwer Na, du kleine Pussy Willst du gleich down? Ja, du hast noch mehr wie die Hilfe am Leben Äh, wie unfair dir hilft jemand Ja, sehr gut Das heißt, na, du hattest auch Hilfe mehrfach Nee Aber ich hab Alter, Heilung, Heilung, Heilung Ja, ich hab ja nichts mehr zum Heilen Ach, auch nicht schlecht Ach, komm, da kommen riesen Felsbrocken Ja Ich mach halt null Schaden, ne? Doch, ja Geld daneben Ja, genau Spring durch seine Beine Ja Ja Hey Helft mir Macht ihr das mal Oh, ich hasse diese Blöden Achtung Magma Magma Achtung noch mehr Magma In die Hoden Ja Der hat keinen Ist nicht so effektiv Ausweichen, das funktioniert Das Ding ist halt Äh Ja Hallo Nein, ich hänge im Wasser fest Das ist halt Äh, der erste Ja, ja Von fünf Wenn ich den hab, muss ich erst mal safe Sonst, äh Wieso kommt der schon wieder? Wieso gehst du nicht mal auf die anderen? Meinst, ich kann mich da rausdecken? Ich brauche Heido mit mir und wie sowas Gibt's denn hier nicht so ein Safe Point, wo ich mich mal einfach verstecken kann? Dreh die Mom, du musst ihn ja Ist mir egal Ja Ne Jetzt kommt der ja schon wieder Ich bin da runter Ja, mach ich Bin ich gleich down Ein Baum? Ey, der ist so Der ist so übel einfach Der ist voll OP, der Wichser Achtung Wo hat er denn Ja, wo hat er denn den schon wieder her? Hat er so was im Boden? Alter Und jetzt bin ich schon fast Heil dich Ja, ich hab Keine Heilung Ich hab nur noch Ja, das heilt die auch Ja, zumindest schützt mich das ein bisschen Alter, der geht so ab einfach Und diese Eiswaffe, die Die bringt mal null Hab ich nicht noch Eisbomben oder sowas? Äh Gute Frage Alter Alter Ey, ich krieg so dermaßen Ich versteck mich hier Ja, das bringt mich Oh Ey, der zieht mir einfach das komplette Ding ab Ja, ich glaub verstecken kannst du dich nicht Nee Ich hab dich schon einmal gesehen Meine Homies Die könnten ruhig auch mal was machen Ja, scheiß Waffe Nein Schon wieder falsch Alter, 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 alter Ich könnte ja mal in Hotte Hü rufen Vielleicht hilft der mir ein bisschen Ja Ach, fuck Ich bin ja hier nur auf der Flucht Ich hab gedacht, ich schaff die 5 in dem Part Aber ich glaub Aber wird wohl nix Was machst du denn so doof? Ich hab für den einen Hab ich 20 Minuten gebraucht oder so Und er will alle in einem Part Aua, aua, aua Ich dachte, ich schaff alle 5 in einem Part Oh Mann Ich bin ja hier eigentlich nur am Wegrennen Du machst mich gern Wo ist er denn? Ja, schießen auf die Poppes Jetzt kommt er ja schon wieder Geh doch mal weg Schieß auf seine Schulter Da musst du leuchten Ja Boah, das ist ja dauernd Am Arsch ist okay Oh Darf ja nicht fehlen Ah, schade, fast Ich glaub, der schwächt Der Humbel tut mir ein bisschen Ich mag das nicht, wenn er sich aufstellt Geh weg Geh weg Alter Hat er das Kettensegen an seinem Rahmen? Ja, klar Schieß ihm seinen scheiß Arm weg Achtung, Feuer, Magma Heilung, 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 Heilung Ah Heilung Ich hab Heilung Aber wieso? Mann Du machst mich fertig, Dirk Ja, ich weiß So gehört sich das Okay Boah, das ist schon wieder so anstrengend Nein Ah Ich dachte, ich mach alle in einem Part Ja, doch Aber das ist gut, dass er wenigstens so ein bisschen am Abhinktun ist Wenn, äh Wenn er so halber dauernd Aber wieso hatte ich jetzt eigentlich wieder Heilträger? Ja, das waren die Kleinen Ja, ist egal Hilf dir Mein Hotte Hü Siehste, das war ganz gut, dass ich den getroffen habe Hast du steil? Er hat doch getroffen Der Penner Achtung, Magma Achtung, noch mehr Magma Alter Ah, der hat sich gerade sein Näschen geputzt Hast du das gesehen? Drei Schaden ist nicht so gut Der läuft langsam, aber der chargt immer noch wie so ein großer Lock ihn mal zu deinem Hotte Hü Vielleicht lenkt er ihn ab oder nicht Ich hüpfe Aber der ist ja gar nicht mehr meins, oder? Ja, der leuchtet ja mit blau Oh Das war kein Heil Nein Da ist eine Pflanze und ich kriege so eine Verderbnispflanze Das ist doch voll mega scheiße Wechsel mal vielleicht auf die Bomben oder so Ja, der muss jetzt ausrufen Achtung, Magma Ah, doch nicht Ah, doch Ah, doch nicht Was habe ich denn jetzt für Ja, ich habe die Schleuder ausgemacht Achtung, Rubenstein Kann ich Waffen wechseln einfach so? Ja, ich meine schon Erstmal wir haben sie runtergekommen So, Waffen Das war immer noch die beste Aussage Ich dachte, ich mache alle in einem Part Das ist Ne, das ist der Seilwerfer Ah, da Das ist das nicht Ne, hä, da Ja, das ist unsere Das war die Frostscheiße, ne? Genau, Eisdorn Wobei die eigentlich super ist, aber Die braucht halt ewig zum Nachladen Oh, Frostbombe Treff ich den auch überhaupt? Ne So, hast du deinen Frostbombe? Hab ich? Ah ja Wahrscheinlich wäre der total easy Ich sehe halt null Weg, den muss man nicht sehen Ach, du, Riesenstein Ah doch Ah doch, Riesenstein Ah doch nicht Nichts Gesicht, du Wichser Ja, das rechnet sich Geh weg Geh weg Dann war es doch die falsche Schleuder Ne, ne Ja, wir hatten ja einen mit nur Explosionsdinger Ja, mach dir auch mal was Ihr Kackvögel Hast du grad zwei Schaden gemacht? Ne Alter, zwei Schaden Ich würde nur auf die Bomben-Dinger wechseln Weil Diese? Ne, komplett die Schleuder wechseln Ich müsste mich mal hier wieder Weil das war nicht die Schleuder Boah, das ist ja anstrengend Da unten ist die Schleuder Mit dem goldenen Ding Das da Ja, das ist unsere Bomben-Schleuder Da habe ich aber nur Äh, sprengen Achso Natürlich Ja Okay Wo ist er? Hä? Macht auch nicht so viel Schaden Der ist halt ultra Der Typ da Man müsste dann halt auch noch treffen Oh, jawohl, in die Schulter gehint Ja Ui Was, 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 was Dein Hottehü hast ich jetzt auch Ist er behindert? Der muss mir doch helfen Oh, nicht mehr so viel Mach was Ja Boah, zwischen seinen Armen durch Ja Wenigstens ist er down Einer weniger Du Wichser Dich habe ich platt gemacht Voll einfach Hahaha Genau So, wo ist hier das Lager voll? Das ist mal speichelt Voll einfach Äh, fuck Ich habe einfach 14 Minuten für den Scheiß gebraucht Ja, der hat es dir ordentlich halt besorgt, ne? Ich brauche, glaube ich, kein Zweitmehr anfangen Ja, wir bräuchten halt mal Tränke, ne? Ich speichere doppelt, das hält besser Aber was hier, hier war ja, glaube ich, Blauglanz in der Nähe Dreimal oder so Ja, und Heilpflanzen Ja, die kannst du ja unterwegs auch slacken Ja Äh, das war ja derb Mhm Ich dachte, ich mache alle fünf in einem Park Ja, doch Oh ja, das ist So kann man sich irren Ja, so ein bisschen Blauglanz Oh, gefunden Aber hier sind noch irgendwo zwei Ja Äh Rechts nebendran, oder? Ja Wahrscheinlich alle hier auf einer Ebene Tatsache Tatsache Voll einfach Das war ja schlecht Nein Für mein altes Herz sehr entspannt Ja Blauglanz Farm So, äh, ja Und nun? Joach Ist halt die Frage, ne? Da gibt's halt noch vier Stück Ach du Scheiße Hä, das ist ja derb, 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 derb Aber ich finde auch, wir haben eigentlich keine wirklich guten Waffen Der hält halt einfach viel aus Und der ist ja auch einfach Stufe 55 Oh Da unten so drei Stück auch Auf einem Haufen Ja, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen was anderes Wir brauchen ja noch, äh, Mats Weil Heiltränke bräuchten wir mal Ja, du könntest ja, äh, den Blauglanz necken Und dann in die Stadt Ja Zum Händler So Dann catch ich mir mal noch die drei Blauglanz Äh Hast du sie markiert? Bestimmt nicht Natürlich nicht Die sind wahrscheinlich auch wieder alle auf einem Haufen Ja Du sagst, wenn es mal so ist Oh, hier könnte vielleicht noch eine Eule sein Wollte grad sagen, was ist das denn? Aber ist das ein Dachs gewesen? Scheiß auf den Dachs Wir brauchen Ratten, Eulen und, äh, Eulen Nichts mehr Und Ratten Ja Sorry Ratten sind irgendwie Am selten Okay Du Arschloch Nie Nicht mal das schaffe ich Nicht mal das Da ist das Blauglanz Ja Da ist noch mehr Blauglanz Alter, warum sind die bei dir auch noch ein Haufen? Ja, weil die halt drei Stück hoch Ja, da sind alle drei wieder auf einem Haufen Gibt's doch gar nicht Doch Siehste doch Ja, und ich hab letztes Mal das eine Blauglanz fünf Stunden gesucht Ja Aber das liegt halt daran, weil die halt zu dritt auf einem Haufen sind Ob das die leichter zu finden sind Ja So, äh, ja, dann geh ich mal kurz in die Stadt Ja Nein Da will ich nicht hin Da will ich hin So, wo ist er denn? Der Händler des Todes Händler? Händler! Ja, da unten ist er Da Da, 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 da Ja, aber das ist doch nur der Blauglanzhändler, oder? Ja, der verkauft dir trotzdem alles Ah, ja, dann Äh, nein Rohstoffe? Ah, Loh Äh, nee, erstmal Tränke Das ist Eiswiderstand, nee, Feuerwiderstand Wir bräuchten, wenn, dann Feuerwiderstand Ach, der will aber auch Lohen dafür Na dann Was hab ich denn hier eigentlich? Was hab ich denn da eigentlich für einen Ah, einen Stärkungstrang war das Das sind die großen, ne? 80 und Metallgefäße, ja, da haben wir eigentlich genug Kannst du ja mal komplett eindecken Ja, äh, wird auch sinnvoll sein Gehen die ja eh nur 12 Soll ich auch noch die kleinen nehmen? Ja, mach die kleinen auch noch Sicher, sicher Eben Haben wir ja, Metz haben wir ja genügend Ja, so, Stärkungstrang, der wäre eigentlich ganz gut Als Plan B Mhm, als Trank B Ja, komm, den nehmen wir auch noch mal bis zum geht nicht mehr So Ölsaft Okay Äh, Sprengfalle, das bringt nichts Nee, Falle nicht Schockfalle auch nicht Ich hätte vielleicht gesagt, doch mal vielleicht paar Feuerwiderstand Naja, wobei, Feuerwiderstandstränke nicht kaufen Die können wir uns herstellen Wir haben ja genügend Feuerpflanzen eigentlich Haben wir? Ja, wir sammeln ja immer, weil wir denken Das ist, äh So, Lohr Ja Lohr ist also fucking teuer Ja, das ist wohl wahr Ich kaufe mal für 5000 Weil, brauchen wir Ja, wir bräuchten Ja, wobei, gegen den brauchen wir eigentlich keine Lohr Ja, ja, Feuerwiderstand Ich hole trotzdem mal für 100 Oder insgesamt, dass wir 100 haben So Reicht für 10 Minuten wieder Ähm Was brauchen wir noch? Ja Eigentlich wäre es mal ganz cool Wir könnten vielleicht Kaya Feuerwappen die Rüstung kaufen Resistenz gegen Feuer Das doch Mhm Und dann noch dreimal Feuer drauf ballern Ähm, ja, das könnten wir machen Dann mach mal So Äh Ja, jetzt werden wir taktisch klug Äh, ausrüsten Ja Äh, da So Dann Sieht gut aus Mehr oder weniger Äh, immer da Habe ich die jetzt ausgewählt? Ja Ja, die ist angelegt Jetzt kannst du da nochmal, äh Resistenz nur reinkloppen Äh, wo mache ich das? Äh, bei Herstellen Achso Outfix So Äh Äh, nee, das ist unwichtig Darunter haben wir sogar eine gute Feuerbühne Fernangriffschutz Ja, ist egal Ja doch, wenn er seine Scheiße da auf uns schmeißt Hallo Achso So, was haben wir noch? Hier noch mal Nahkampfschutz Ja, das ist auch gut Ja, das ist auch gut Und dann das letzte können wir vielleicht Nahkampfschutz Man hat auch nochmal Feuerschutz Oder Nahkampfschutz Ganz oben das Beste Also links Genau Das ist der 18 Nahkampfschutz Hm Ja, da willst du noch mehr feuern Hm Ja, dann hau noch eine Feuerbühne rein Das ist halt unsere Feuerausrüstung Ja, gegen die Pisser So Na, da bringt es halt null Ja Aber wir haben ja den Vorteil Wir können es ja immer wieder rausnehmen Ähm Effektiv 154 Feuer Ja, das ist okay Okay So Dann würde ich sagen Machen wir hier Feierabend Und der Alex darf sich um die restlichen Vier kümmern Also gut, dann machen wir hier Feierabend Und dann sehen wir uns morgen wieder Bis morgen Ciao, ciao